Hi, mein Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video diesmal von mir. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt zwei Teile von meinen Mangas. Jetzt kommen die anderen Manga-Teile dran. Von denen habe ich auch nicht alle, aber schon ein paar. Einmal an. Hier einmal mit Band 2, der maskierte Mann. Mit Band 4, der Silberkristall. Mit Band 8, die Schule des Lebens. Das hat ja alle Habe davon noch nicht. Dann mit Band 10, Sela Saturn. Mit Band 11, Prinzessin Kaguya aus Geliebter. Mit Band 12, der Pegasus. Mit Band 13, Helios. Mit Band 14, Dietmund Zirkus. Mit Band 15, Königin Elenia. Mit Band 16, die Sela Starlights. Mit Band 17, Sela Galaxia. Und zum Schluss, Band 18, das Galaktische Chaos. Galaktische Chaos. Ja. Gut, das war es auch schon mit meinen Manga-Büchern. Und ich werde mir natürlich noch welche besorgen müssen, weil ich noch nicht alle habe. Wir werden mal sehen, wo ich die bekomme. Vielleicht wisst ihr es ja, wo ich sie vielleicht bekommen kann oder so. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und auch vielleicht, wo ich die noch per bekommen kann. Und ja. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Und wir sehen uns dann bald wieder mit einem neuen Video. Eure Sela Uranus. Tschüss. 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 Vielen Dank.